In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure App-Icons verschieben und löschen könnt. Dazu drückt ihr mit eurem Finger auf eine App und bleibt so lange darauf, bis die Apps anfangen zu wackeln, wie ihr sehen könnt, und links oben ein Kreuz-Symbol erscheint. Um das App nun zu verschieben, drückt mit dem Finger darauf und zieht das App in die gewünschte Position. Um ein App endgültig zu löschen, drückt einfach auf das Kreuz-Symbol, dann kommt eine Bestätigungsmeldung und dann klickt ihr hier auf Löschen und das App ist weg. Und dann kommt ihr hier auf das Kreuz-Symbol.